die gebete des engels von fatima im namen des vaters und des sohnes und des heiligen geistes amen mein gut ich glaube ich bete an ich hoffe und ich liebe dich ich bitte dich um verzeihung für alle jene die nicht glauben nicht anbeten nicht hoffen und dich nicht lieben alleheiligste dreifaltigkeit vater sohn und heiliger geist ich bete dich in tiefster ehrfurcht an und opfere dir auf den kostbaren leib das blut die seele und die gottheit jesu christi der in einta benakelnde welt gegenwärtig ist zu söhne für die schmähungen entweihungen und die gleichgültigkeit durch die er selbst beleidigt wird durch die unendlichen verdienste seines heiligsten herzens und des unbefleckten herzens maria bitte ich dich um die bekehrung der armen sünde amen im namen des vaters des sohnes und des heiligen geistes amen ich glaube an gott den vater den allmächtigen den erschaffer von himmel und erden und an jesus christus seinen eingeborenen sohn unseren herrn der empfangen ist vom heiligen geist geboren durch die jungfrau maria gelitten unter pontius pilatus gekreuzigt gestorben und begraben hinabgestiegen in das reich der hölle am dritten tag auferstanden von den toten aufgefahren in den himmel er sitzt zur rechten gottes des allmächtigen vaters von dort wird er kommen zu richten die lebenden und die toten ich glaube an den heiligen geist die heilige katholische kirche gemeinschaft der heiligen vergebung der sünden auferstehung der toten und das ewige leben ehre sei dem vater und dem sohn und dem heiligen geist wie im anfang so auch jetzt und alle zeit und in ewigkeit amen vater unser der du bist im himmel geheiligt werde dein name zu uns komme dein reich dein wille geschehe wie im himmel so auf erden unser tägliches brot gibt uns heute und vergib uns unsere schuld wie auch wir vergeben unseren schuldigern und führe uns nicht in versuchung sondern erlöse uns von dem bösen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der in uns den glauben vermehre heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebesflamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der in uns die hoffnung stärke heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebesflamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der in uns die göttliche liebe entzünder heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebesflamme jetzt und in der stunde unseres todes amen ehre sei dem vater und dem sohn und dem heiligen geist wie im anfang so auch jetzt und alle zeit und in ewigkeit amen o mein jesus verzeih uns unsere sünden bewahre uns vor dem feuer der hölle führe alle seelen in den himmel und komm uns vom irrtum zu befreien das erste schmerzhafte geheimnis jesus der für uns blut geschwitzt hat vater unser der du bist im himmel geheiligt werde dein name zu uns komme dein reich dein wille geschehe wie im himmel so auf erden unser tägliches brot gibt uns heute und vergib uns unsere schuld wie auch wir vergeben unseren schuldigern und führe uns nicht in versuchung sondern erlöse uns von dem bösen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns blut geschwitzt hat heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns blut geschwitzt hat heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns blut geschwitzt hat heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns blut geschwitzt hat heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns blut geschwitzt hat heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns blut geschwitzt hat heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns blut geschwitzt hat heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns blut geschwitzt hat heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns blut geschwitzt hat heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir bis gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns blut geschwitzt hat heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen er sei dem vater und dem sohn und dem heiligen geist wie im anfang so auch jetzt und alle zeit und in ewigkeit amen o mein jesus verzeih uns unsere sünden bewahre uns vor dem feuer der hölle führe alle seelen in den himmel und kommt uns vom irrtum zu befreien amen das zweite schmerzhafte geheimnis jesus der für uns gegeißelt worden ist vater unser der du bist im himmel geheiligt werde dein name zu uns komme dein reich dein wille geschehe wie im himmel so auf erden unser tägliches brot gibt uns heute und vergib uns unsere schuld wie auch wir vergeben unsere schuldigen und führe uns nicht in versuchung sondern erlöse uns von dem bösen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns gegeißelt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres tors haben gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns gegeißelt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres tors haben gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir bis gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns gegeißelt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres tors haben gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns gegeißelt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres tors haben gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir bis gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns gegeißelt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres tors haben gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns gegeißelt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres tors amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns gegeißelt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes rame gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns gegeißelt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres tors amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns gegeißelt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes armen er sei dem vater und dem sohn und dem heiligen geist wie im anfang so auch jetzt und alle zeit und in ewigkeit armen o mein jesus verzeih uns unsere sünden bewahre uns vor dem feuer der hölle führe alle seelen in den himmel und komm uns vom irrtum zu befreien haben das dritte schmerzhafte geheimnis die donen krönung jesus vater unser der du bist im himmel geheiligt werde dein name zu uns komme dein reich dein wille geschehe wie im himmel so auf erden unser tägliches brot gibt uns heute und vergib uns unsere schuld wie auch wir vergeben unseren schuldigern und führe uns nicht in versuchung sondern erlöse uns von dem bösen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns mit dornen gekrönt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes armen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns mit dornen gekrönt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes armen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns mit dornen gekrönt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes armen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns mit dornen gekrönt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes armen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns mit dornen gekrönt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes armen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns mit dornen gekrönt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes armen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns mit dornen gekrönt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes armen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns mit dornen gekrönt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes armen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns mit dornen gekrönt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder und überflutet die ganze menschheit mit dem gnadenwirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes armen ehre sei dem vater und dem sohn und dem heiligen geist wie im anfang so auch jetzt und alle zeit und in ewigkeit armen o mein jesus verzeih uns unsere sünden bewahre uns vor dem feuer der hölle führe alle seelen in den himmel und komm uns vom irrtum zu befreien haben das vierte schmerzhafte geheimnis jesus der für uns das schwere kreuz getragen hat vater unser der du bist im himmel geheiligt werde dein name zu uns komme dein reich dein wille geschehe wie im himmel so auf erden unser tägliches brot gib uns heute und vergib uns unsere schuld wie auch wir vergeben unseren schuldigern und führe uns nicht in versuchung sondern erlöse uns von dem bösen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit ihr bis gebene deilt unter den weibern und gebene deilt ist die frucht deines leibes jesus der für uns das schwere kreuz getragen hat heilige maria mutter gottes bitte für uns sünde und überflute die ganze menschheit mit dem gnaden wirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes haben gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit ihr bis gebene deilt unter den weibern und gebene deilt ist die frucht deines leibes jesus der für uns das schwere kreuz getragen hat heilige maria mutter gottes bitte für uns sünde und überflute die ganze menschheit mit dem gnaden wirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit ihr du bist gebene deilt unter den weibern und gebene deilt ist die frucht deines leibes jesus der für uns das schwere kreuz getragen hat heilige maria mutter gottes bitte für uns sünde und überflute die ganze menschheit mit dem gnaden wirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit ihr du bist gebene deilt unter den weibern und gebene deilt ist die frucht deines leibes jesus der für uns das schwere kreuz getragen hat heilige maria mutter gottes heilige maria mutter gottes bitte für uns sünde und überflute die ganze menschheit mit dem gnaden wirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebene deilt unter den weibern und gebene deilt ist die frucht deines leibes jesus der für uns das schwere kreuz getragen hat heilige maria mutter gottes heilige maria mutter gottes bitte für uns sünde und überflute die ganze menschheit mit dem gnaden wirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebene deilt unter den weibern und gebene deilt ist die frucht deines leibes jesus der für uns das schwere kreuz getragen hat heilige maria mutter gottes bitte für uns sünde und überflute die ganze menschheit mit dem gnaden wirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebene deilt unter den weibern und gebene deilt ist die frucht deines leibes jesus der für uns das schwere kreuz getragen hat heilige maria mutter gottes bitte für uns sünde und überflute die ganze menschheit mit dem gnaden wirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir bis gebene deilt unter den weibern und gebene deilt ist die frucht deines leibes jesus der für uns das schwere kreuz getragen hat heilige maria mutter gottes heilige maria mutter gottes bitte für uns sünde und überflute die ganze menschheit mit dem gnaden wirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebene deilt unter den weibern und gebene deilt ist die frucht deines leibes jesus der für uns das schwere kreuz getragen hat heilige maria mutter gottes heilige maria mutter gottes bitte für uns sünde und überflute die ganze menschheit mit dem gnaden wirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebene deilt unter den weibern und gebene deilt ist die frucht deines leibes jesus der für uns das schwere kreuz getragen hat heilige maria mutter gottes bitte für uns sünde und überflute die ganze menschheit mit dem gnaden wirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen ehre sei dem vater und dem sohn und dem heiligen geist wie im anfang so auch jetzt und alle zeit und in ewigkeit amen o mein jesus verzeih uns unsere sünden bewahre uns vor dem feuer der hölle führe alle seelen in den himmel und komm uns vom irrtum zu befreien amen das fünfte schmerzhafte geheimnis jesus der für uns gekreuzigt worden ist vater unser der du bist im himmel geheiligt werde dein name zu uns komme dein reich dein wille geschehe wie im himmel so auf erden unser tägliches brot gib uns heute und vergib uns unsere schuld wie auch wir vergeben unseren schuldigern und führe uns nicht in versuchung sondern erlöse uns von dem bösen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns gekreuzigt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünde und überflute die ganze menschheit mit dem gnaden wirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns gekreuzigt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünde und überflute die ganze menschheit mit dem gnaden wirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns gekreuzigt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünde und überflute die ganze menschheit mit dem gnaden wirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns gekreuzigt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünde und überflute die ganze menschheit mit dem gnaden wirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns gekreuzigt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünde und überflute die ganze menschheit mit dem gnaden wirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns gekreuzigt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünde und überflute die ganze menschheit mit dem gnaden wirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns gekreuzigt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünde und überflute die ganze menschheit mit dem gnaden wirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns gekreuzigt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünde und überflute die ganze menschheit mit dem gnaden wirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns gekreuzigt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünde und überflute die ganze menschheit mit dem gnaden wirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den weibern und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus der für uns gekreuzigt worden ist heilige maria mutter gottes bitte für uns sünde und überflute die ganze menschheit mit dem gnaden wirken deine liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes amen ehre sei dem vater und dem sohn und dem heiligen geist wie im anfang so auch jetzt und alle zeit und in ewigkeit amen o mein jesus verzeih uns unsere sünden bewahre uns vor dem feuer der hölle führer alle seelen in den himmel und komm uns vom irrtum zu befreien hammer gegrüßet seist du o königin mutter der barmherzigkeit unser leben unsere wanne und unsere hoffnung sei gegrüßt zu dir rufen wir verbannte kinder evas zu dir seufzen wir trauernd und weinend in diesem tal der tränen wohl andern unsere fürsprecherin wende deine barmherzigen augen uns zu und nach diesem elend zeige uns jesus die gebenedeite frucht deines leibes o gütige o milde o süße jungfrau maria bitte für uns auf das wir würdig werden der verheißungen christi amen mhm mhm